Und das muss sie mitnehmen, denn es ist eine Weltsportart, diese Leichter. Und sie kann heute zum siebenten Mal in Folge Deutsche Meisterin werden. Also den ersten Schritt darin macht sie mit diesem gelungenen Versuch, dem dritten schon über 1,90 Meter. Sie kann deutlich höher und sie kann noch nicht entspannt jubeln, denn es ist noch eine Kontrahentin im Wettbewerb. Bei 1,87 haben wir die beiden vorhin verlassen, da waren sie sehr souverän, Marie-Laurence Jungfleisch und Imke Onnen. Auch dieser Versuch wieder einer der Besseren von Marie-Laurence Jungfleisch. Logischerweise, wenn sie zum siebenten Mal heute gewinnen kann, auch der Titel verteidigen. Was macht die andere? Auch die hat zweimal gepatzt, Imke Onnen über 1,90 Meter, also beide im Gleichschritt. Die ersten Versuche, Imke Onnen und sie holt zum siebenten Mal in Folge Gold bei diesen deutschen Titelkämpfen. Marie-Laurence Jungfleisch. Und wie alle eilen sie sehr, sehr schnell nach ihren Siegen zu Klaus Lüfen. Genau so, wie Sie sich das vorgestellt haben heute, so ein bisschen? Nee, leider nicht. Also ich war sehr müde heute. Ich kann leider nicht sagen, weshalb. Aber es hat trotzdem gereicht für den deutschen Titel. Ich bin sehr leichter darüber auf jeden Fall. Ich war sehr nervös, wie schon seit sehr lange nicht mehr. Aber es hat geklappt und ich bin sehr zufrieden. Wie kann das sein, dass Sie nervös sind? Ich hätte jetzt gedacht, nach der EM-Bronze vor einem Jahr an gleicher Stelle geht alles wie von selbst sozusagen, nach der ersten internationalen Medaille. Nein, also ich sehe das immer Jahr zu Jahr. Es ist ein neuer Abschnitt und ein neues Jahr. Und ich möchte mich nicht mit dem letzten Jahr vergleichen zum letzten Jahr, sondern ich möchte einfach neu anfangen. Und ich war einfach wahnsinnig nervös heute. Wirklich, ich bin so wie seit Monaten nicht mehr. Und ja, daher bin ich aber froh, dass es geklappt hat. Eine ist offensichtlich gar nicht nervös. Und welche Fabel-Rekorde, die im Moment aufstellt? Ja, es ist Wahnsinn, was sie packt, was sie schafft, was sie läuft. Das ist beneidenswert auf jeden Fall. Ja, sie ist auch gelaufen, während ich noch gesprungen bin. Also ich war schon auf meinen Anlauf konzentriert, aber trotzdem habe ich ihr ein bisschen mitverfolgt, natürlich, als ich Pause machen konnte. Aber es ist wirklich Wahnsinn, was sie schafft. Dann eine gute Zeit und alles Gute auf dem Weg nach Katar. Dankeschön. Besonders wichtig. Marielos Jungfleisch führte zu diesem Zeitpunkt dank dieses Satzes im ersten Versuch über 1,88 Meter bis zu dieser Höhe. 1,75 Meter Einstiegshöhe, 1,80 Meter, 1,84 Meter, 1,88 Meter. Alles im ersten Versuch. 2,75 Meter, 1,84 Meter, 1,48 Meter. 1,84 Meter, 1,84 Meter. 3,85 Meter, 1, ajuden Sie sich in einem anderen Versuch über 2,88 Meter. 3,85 Meter, 1,91 Meter. 5,7 Meter, 1,84 Meter, 1,84 Meter. 1,84 Meter, 1,84 Meter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020